Musik Fuck it Nein, ihr Dreckssäcke Ach, ihr Husos, Alter Mitten in Schwarze Ah, ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha Habe ich recht? Ah, ha, ha, ha Ihr könnt euch alle Noch so viele Accounts machen Es gibt bei jedem Menschen Einen einzigartigen Schreibstil Und auch wenn ich ein Scheißgedächtnis habe Ich habe mich auch Über die Jahre weiterentwickelt Und mein Gedächtnis funktioniert fotografisch Wenn ich mir Sachen Merke Merken will, dann klappt das nicht Zum Beispiel, wann habe ich den nächsten Termin? Bei der Physio oder so Aber so einzigartige Sachen funktionieren Ha, 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 ha Ha, 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 ha Nix Habe ich jetzt recht oder nicht? Ha, 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 ha Du wirst ja nicht gebannt, ist ja alles gut Scheiße Ach, ihr Hunde Sehr gut Ich bin ja auch mit Kenny befreundet Und so Ich habe gefragt, ob du Jan bist Ah Ah, 2-0 Kotzen Gott Was? Killer B kannst du nicht sein Der wird anders schreiben Dass ich die Namen noch kenne Warst du in einer Rotostorm-Truppe? Es gibt immer nur eine Wahrheit und ich finde sie Ich bin Detektiv Conan Scheiße Ich versuche gerade echt beim Fahren Okay Du warst in der Storm-Truppe Ich versuche gerade beim Fahren eine Deduktion zu machen Nee Lass mich Ich habe Spaß dran Ha Fuck it Mann Ich bin der Scheiße Seit mal Naruto Storm Naruto Storm War Spooky Naruto Storm War Killer Bean War Shizui Danach gab es doch die anderen Äh Äh Es gab noch Ich habe den Namen vor Augen Es gab eine Dreier-Truppe Einer davon war mega jung Zu jung Der Hat halt Kindlich geschrieben Da war noch eine Frau Davon der Typ Der Name Der 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 Knickname Der fehlt mir Wenn ich den Nickname raus habe Weiß ich wer du bist Ich glaube das Das war nicht Shizui Ich weiß das Die Shizui 151 Mal in Naruto zu 151 verwandelt hat. Ich hasse Namensänderungen auf Twitch. Ich hasse sie abgrundig. Schade. Ich hab dich nicht rausbekommen. Oh. Shit. Hätte ja sein können. Dass ich hier ein Tor mache. Hä? Was muss man sagen? Oh Gott. Du warst ein stiller Zuschauer. Ja, dann... Dann kann ich dich ja eigentlich nicht kennen. Also, hab ich denn mal gegen dich gespielt? Yes! Ja! Hahaha! Ah. Okay. Du warst kein aktiver. Ja gut, dann... Ja gut, dann kenn ich dich nicht. Dann kann ich dich nicht kennen. Aber hey. Immerhin. Zumindest funktionierte meine Deduktion einigermaßen. Oh Gott. Oh Gott. Fuck it. Verlängerung. Oh, was für Matches die heute wieder sind. Ja. Nee. Nee, du Idiot. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir sind auch nicht mehr da. Nein. Ah, Babashita. Ah. Shit. Ah, Bullshit. Ah, Bullshit. Ja, nicht von heute auf morgen, aber halt, äh... nach und nach. Nach und nach. Gott. Ah, Mann. Ah, Mann. Bin gespannt. Oh. Komm, aber auf jeden Fall Discord. So. Und wenn's halt auch nur zum Schreiben ist, wir schreiben da sowieso meistens nur. Ah, okay. Ja, weil sonst ist halt immer doof. Nein. Oh Gott. Ich hoff, ja. Dass halt diese dreckige Corona-Kacke irgendwann mal jetzt bald vorbei ist, dass man wieder, äh... auf ein Gamescom kann. So. Ja, weil Gamescom verwisse ich halt schon. Komm, rein da mit dem Lachs. Oh Gott. Ja, ich sag hier auch Corona so. Ich monetarisier eh nicht auf YouTube. Von daher ist es mir Latte. Hab ich dich schon mal auf Gamescom getroffen? BAM! BAM! Okay. Yes! Nice. Okay. Dann scheidet Dings auch aus. Ja, es macht doch Spaß. Sherlock Holmes ist ja auch immer am Rätseln. Mach dir nichts draus. Ich höre die ganze Zeit privat, äh... die Sherlock Holmes-Hörspiele. Der alten Fälle und der neuen Fälle. Und Chronicles. Also, ich bin Sherlock Holmes-suchtig geworden. Und das beim Rocket League-Spielen. Hahaha. Hahaha. Ich finde, dafür... Dafür spiele ich nicht so schlecht, oder? Hahaha. Hahaha. Gott. Ah. Ah. fürs Kompliment. Oh, fuck it. Ich gehe aber mal von dem Namen aus, dass du männlich bist und 19. Ich hatte damals jüngere Zuschauer. Wenn du drei Jahre her bist, warst du zu dem Zeitpunkt 16. Das grenzt es schon mal ein. Ich weiß tatsächlich noch ein paar, die 16 waren. Ja, also egal ob PC oder Konsole, es ist ja eh Crossplay. Wenn du eine Konsole hast, die es abspielen kann, Switch, Playstation 4, Xbox. Es ist ja Crossplay. Also einfach Epic-Account machen, Epic-Games-Account und dann passt das. 16, 17. Davon grenzt den Kreis ein. Sehr ein. Hast aber gesagt, Shizui bist du nicht. Kann auch nicht sein. Wer ist denn heute? Wer bist du? Du kennst die Truppe aber. Ha! Fuck it! Ich hab grad fünf Namen, die hab ich aber auch schon alle in meinem Kopf durchgestrichen, weil du mir ja alle schon gesagt hast, dass du die nicht bist. Jetzt hast du dich verraten. Jetzt weiß ich, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß aber den Nickname nicht mehr, weil du ihn verändert hast. Sag mir den Anfangsbuchstaben von dem Nickname. Ich weiß, wer du bist. Ist auch nicht schlimm, dass du es bist. Aber... Ich weiß, ich hab dich gehasst bei Naruto Storm, weil du mich verarscht hast. Aber aus Jux und Dollerei verarscht, nicht böse verarscht. Das wäre mir gesagt, schlecht und bla. Ich weiß, dass du immer mit Shizui rumgeshakert hast. Ich weiß, dass du nicht Killer-Bee bist. Ich weiß nur den Anfangsbuchstaben nicht. Scheiße. Fuck. So eine Scheiße. Ich hab's auf der Zunge. So. Letztes Match für heute. Fuckin' Shit. Du bist einer, der am meisten mit Shizui neben Killer-Bee in meinem Chat war. Und du bist einer, der meistens oberflächlich gewitzelt hat, aber nie genau gestichelt hat. Das hat mich nur im Gesamtkontext genervt, weil die meisten gestichelt haben wie Sau und du da leider runtergeraten bist. Aber du hast es tatsächlich nie böse gemeint. Aber ich bin am überlegen, wer du bist. Ich hab... ein Bild vor Augen von dem Nickname. Deine ganze Redensart im Chat hat dich verraten. Ich komm auf den Nickname nicht mehr, weil du ihn verändert hast. Das nervt mich. im Gegenteil. Ich meine, du warst einer derjenigen, einer der wenigen, die gesagt haben, irgendwann so nach drei Stunden und mal auf mit der Stichelei. Weil du gemerkt hast, da ich ziemlich angepisst war. Oh Gott! Was immer an der Seitenlinie? Na, so, Parade. Du bist nicht Shizui. Der Nickname beginnt. Fuck! Das Problem ist, du warst auch nicht immer da. Ich meine, du hast nur immer hin und wieder reingelynkert. Aber am meisten da war Shizui, Killer Bean, die andere. Und du kamst mal so in der Woche vielleicht ein- oder zweimal. Und wenn auch nur für ein, zwei Stunden, so meistens gegen Ende des Streams. So eine Scheiße! Ich hab diese ganzen Fakten vor mir. Ich hab leider keinen Anfangsbuchstaben oder anderen als Punkt. Kacke! Es ärgert mich, es nervt mich. So eine Scheiße! Und damals spiel ich Rocket League, man! beim Kopf geht gerade nur die Death Note-Musik! Ding, 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 ding! Ja, natürlich, Attack on Titan habe ich noch mal kurz vor der zweiten Hälfte der Staffel noch mal durchgesucht mit meiner Freundin. Mega einfach. Ich finde auch den Ehrenmove, finde ich, ha, Ehrenmove, ha. Ich finde den auch mega geil, wie er ihn letzte Woche verarscht hat. Ich habe nicht damit gerechnet, also wirklich. Ich lese auch den Manga nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, so, dass Ehrenmove Z-Punkt so hinter 40 reinlegt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass Z-Punkt so einen weg hat. Von seinem Hirn her. Holy shit, Alter. Ich war einfach nur gehypt. Und dann, weißt du, Attack on Titan hat die miesesten Cliffhanger ever. Deathload war schon schlimm, ne? Aber meine Fresse, Attack on Titan. Ich hasse deren Cliffhanger. Genauso wie die Cliffhanger von den, äh, äh, SAO-Analisation, die waren auch immer scheiße. Ja. Ja gut, aber man kann Säcki nicht verübeln, ne? Der hat halt auch einen Streifen mitgemacht mit seinem verkackten Vater wie Ehren und Co. Irgendwas sagt mir, dass dein Name mit M beginnt. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas war da. Scheiße. Ich komm nicht drauf. Ich komm einfach nicht drauf. Es geht mir auf den Sack. Scheiße. Nein. Nein. Ihr Husos. Oh. M.A. Kacke. Ist mir so scheißegal, ob man da darf. Hier ist mein Haus recht. So eine Kacke. Ah. Egal. War auf jeden Fall ein schöner, niceres Stream, Sakuno. Kommst du auf jeden Fall nochmal in Discord rein. Und ja, äh, wir streamen immer. Also ich stream jetzt auf jeden Fall Montags, Mittwochs und Donnerstags versuche ich immer zu streamen. Und, äh, ansonsten siehst du hier immer einen VOD-Cast laufen. Ich lasse immer im Titel stehen, ob das nicht live ist. Oder live ist. Und ja, eigentlich, wenn du mich so ein bisschen verfolgst, müsstest du das alles kennen. So ein bisschen. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich lasse einmal drei Minuten Werbung laufen. Bis dann. Und ciao. Bis Montag.